So, hallo, weiter geht's. Ich drücke auch die Uhr wieder. Ähm, was wollte ich machen? Tödliches Laster wollte ich mal nachdrucken. Rauchen. Ähm. Tränen. Und vielleicht irgendwelche Pillen? Aber Pillen hatten wir im Jahr, ne? Hm. Shit. Keine Ahnung. Okay. Ob das jetzt die richtigen Pillen sind? Komm, ich hol die anderen noch dazu. Oh, für mein Scheiß. Da war ich jetzt wieder zu gierig. Guck. Nicht das tödliche Laster? Was ist es denn dann, außer die Pillen? Ja. 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 Shit, 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 shit. Ich fahr jetzt nicht los, ey. Ich hätte jetzt nicht dran geglaubt, gegen zwei Sachen muss ich eine schon versuchten. Da war es wieder Alarm verkauft. Oh, der Fenster an ist. Egal. Was könnt ihr denn noch Lärm machen? Weil da war doch irgendwas mit Räumen. Die fette Frau wieder. 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 Siegel und Mörder. Was soll das? Männliche kommen. Was ist denn männlich? Hier? Äh, hier. Was darf man machen? Ach, Mann, ich war früher da drüben. Oh, schon. Da muss erst dieses doof... ...und dieses doofen Ding da weg. Komm, ich kauf das schon mal. Oh, bleib liegen! Oh, Hilfe, es ist selbstständig. Geh nicht kaputt! Wir brauchen dich noch. Oh, wir müssen so lange warten! Nein! Geh nicht kaputt! Geh nicht kaputt! Wieder aus! Du brauchst kein Feuer mehr. Oh, was ist da halt überhaupt? Was ist das? Der macht das kaputt, wenn ich das da reinlege. Ja? Stimmt. Komm, mach eins. Dann nehm ich dich. Ah, eins. Hier, du machst jetzt meine Sachen kaputt. Nein! Nein! Ah, f*** dich, ey! Ich muss hier alles nochmal kaufen wegen dem scheiß Vieh hier. Komm, geh raus aus meinem Kamin nach oben. Oben! Ah, jetzt die Bären. Ich bin kaputt. Scheiß Mistvieh hier. Gibt's denn noch irgendwas männliches? Warte. Männer nur an die Anabolika. Anabolika, oder? Oder hier. Männliche Trophäe. Ich lass mal das Anabolika weg und nimm dann die männlichen Dingerns. Ich lass mal das Anabolika weg und nimm dann die männlichen Dingerns. Okay. Ja, ich kaufe. Das da. Das da. Und ich werde den Rasierer zuletzt reinlegen. Komm, euch beide kaufe ich schon nach. Steht da Armin drauf, oder was? Also das ist Armin. Geht das jetzt auch schon direkt los? Ne, ne? Wieso sind da an dem Parfüm Haare? Sehr bitterlich. Komm, die stell ich mal zu Armin. Und den Rasierer tu ich da hinten in die Ecke. Achso, und was haben wir noch? Ziegel und Mörser? Den Bart können wir auch noch nehmen. Oh, da steht auch was mit männlich. Was ist das? Das ist voll der männliche Katalog, ne? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Scheiße, müssen wir den ja auch noch nehmen. Der muss zuerst rein, bevor der Rasierer kommt. Wir könnten schon wieder den neuen Katalog kaufen. Aber ich will ja noch ein paar Kombos eigentlich machen, ne? Oh Gott. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Briefmarken, oder was? Nein! Ah, es wäre nicht der Bart gewesen, sondern tatsächlich die ersten drei Sachen, hab ich gedacht. Okay. Ähm... Ja, soll ich den letzten Katalog schon kaufen? Eigentlich haben wir noch so ein paar Sachen hier offen, ne? Deswegen lass ich das mal für nächste Woche. Erkrankten-Kombo? In dem neuen Katalog ist dann überhaupt nichts von... Medizin. Nicht, dass ich wüsste. Bodybuilder, Eier und Bodybuilderpillen hab ich ausprobiert. Energie-Schmutz. Ja, das tödliche Laster hat auch keinen Plan. Verbindungsparty. Die Troller mit Alkohol vielleicht. Jagdkuchen. Erkrankten-Saison-Baumfeld. Ach, Baumfeld sind drei Sachen, hab ich grad gar nicht drauf geachtet. Nehmen wir mal die drei Sachen. Der ist immer noch nicht kaputt. Der ist bestimmt von Philips oder so. Philips-Rasierer. Halt. Hier ne Menge aus. Ja, hier Ette muss ich dann auch wieder schön in die Ecke platzieren. Nicht, dass der da wieder... So. 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 Guten Tag. Was jetzt? Im Ernst? Kein Baumfeld. Ich glaub, ich muss nicht so... Puh. Ey, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wichtige Wettermeldung. Es schneit. Es schneit schon so lange sich jeder erinnern kann. Oder vielleicht vernebeln unsere Erinnerungen nur ein wenig. Hä, 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 hä. Hä, hä. Die Wettervorhersage für morgen. Wuhu, ey. Er blökt. Etwas, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Die Sonne kommt heraus. Aber geht sie aus? Oder geht sie unter? Es tut in meinen Augen weh. Hä, 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 hä. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wetter mal. Ähm, ich sollte mir mal was kaufen hier. Komm, Erweiterung. Dafür haben wir jetzt so viele Kohle. Ich glaub, nach 999 ging's auch nicht weiter. Ja, Baumfeld. Keine Ahnung. Was soll denn die Scheiße? Entensaison. Hab ich ne Ente gesehen? Da kam ne Ente raus. Und in dem einen... Aus irgendeinem Spiel kam die Ente. War die hier drinnen? Hier glaub ich nicht. Mal gucken. Wie viel Uhr haben wir? Also, was sagt die Zeit? Eine Minute noch. Das wird wahrscheinlich unsere letzte Kombo. Von daher zeig ich euch nochmal alles, was offen ist. World of Goo. Meta-Kombo. Grauenvolles Geheimnis. Es sind zwei Sachen, aber es gibt ein Buch, was du heißt. Das zweite weiß ich nicht. Kalter Krieg. Schriftstellers-Blöcke-Kombo. Farbige Flammen. Baumfeld. Entensaison. Jagd-Kombo. Ziegel und Mörser. Verbindungsparty. Tödliches Laster. Energiespritzen. Bodybuilder. Erkrankte-Kombo. So, dann machen wir jetzt hoffentlich noch diese Entensaison. Mal gucken. Und dann machen wir auch schon Feierabend für diese Folge. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Und wenn ich noch so ein paar Kombos schaffen sollte, auch schon mit dem neuen Katalog. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.